Hi, ich bin Sef. Und ich bin Thomas. Wir sind Internet-Kaspar bei Massengeschmack. Und über 16 Jahre alt. Und dies ist unsere Bewerbung zum bundeslichen Bier-Contest. Wir sind sportlich aktiv. Wir gehen dreimal täglich ins Altsa-Filmstudio zum Saufen. Pumpen. Pumpen, genau. Ich bin noch zusätzlich musikalisch tätig. Ich spiele nämlich in einer Band. Hingegen ich mit meinem Allgemeinwissen glänze. Bier. 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 Kraft. Ausdauer. Und Teamsport sind kein Problem für uns. Ich schlag den Tom. Ich schlag den Tom. Ja, ich möchte meine besten Pferde im Stall, Thomas und Sef, zum Bierwischen, also Bundes-Contest-Bier, ihr wisst schon, schicken. Aber ich habe eine Bedingung dabei. Bitte nicht zurückschicken.